Schmeckt genau so scheiße wie vor. Wir haben gewettet, dass er mir gut schmeckt, nicht dass er mir weniger scheiße schmeckt. Dieses Buch ist geflucht! Das ist Teufelswerk! Wovon drehst du? Was hast du gelegt? Pass das Ding nicht an! Lies das nicht, glaub mir! Hörst du, Pan, ist doch ein netter Laden! Nette Leute, alles schön ruhig! Alles schön ruhig! Und ich hab eben Bock aufs Töner gehabt! Ja, dann hau rein! Pan, jetzt mag ich nicht mehr! Javid, warum? Weil ich jetzt Dünnschild... Bist du uns im Kopf ab! Kommt ihr das bekannt vor, Mann? Was wollt ihr? Wo ist er? Wir haben den Dreh. Stille. Buch. Gefunden. Halt die Fresse! Ich schreibe in meiner Freizeit Drehbücher als Hobby für Filme. Seht ihr ein bisschen Karies? Ja. Klar, Rafa? Nein, halt, ich schwöre bei Gott, ich hab euch noch nie in meinem Leben gesehen! Nur in meiner Vorstellung, das ist die Wahrheit! Worn! Wir haben's nicht anders verdient. Alles hat seinen Sinn, nichts ist Zufall. Es liegt in der Natur des Menschen, sich gegenseitig zu zerstören. We want to make you an offer. What offer? To kill someone for money. Ich lass unser Leben nicht von einem Scheiß-Drehbuch bestimmen. In dem Buch steht, dass Eliana weiterhin irgendwelche kranken Bastarde anheuert, um uns Platz zu machen. Wir machen gegen Aufpreis auch Krankenschütten, Foltern und Souvenirs von Kopf bis Fuß. Das könnt ihr dann hier ertragen. Ich wäre gerne dabei. Wer ist diese Eliana und was ist ihr Scheiß-Problem? Wer hat dir eigentlich in deinen Kopf gekackt? Ich habe inzwischen ein komplett neues Ende geschrieben. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Willst du damit sagen, dass wir jetzt diesen bekloppten Elektro-Vogel an der Wacke haben? Ich muss doch was überspringen, sonst kommen wir da nicht weiter. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich ein Kerl mit einer Schweine-Maffi- Fick geht! Was ist das für eine Scheiße? Alter, das fickt mein Kopf! Juhrensöhne, Ruhe! Fuck, 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 was ist das? Oh, this is amazing. Aber wenn das verfilmt wird, wird das der behindertste Film, den es je gegeben hat. Ich weiß jetzt schon, was ihr gleich sagen würdet. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata.